hallo freunde der leichten unterhaltung weiter geht's mit der pool folge sieben wir sind dabei für cable das letzte sentinel teil zu finden 166.000 haben war schon wieder auf dem konto es ist nicht so schlecht schnell und gefährlich schnell und gefährlich wie ungeschützter 6 auf dem abschlussball ja lande bei ihm zwanzig sei für einen kritischen treffer für je nachdem hat man voller gesundheit 75.000 ach komm ich muss doch irgendwann jetzt mal hier kaufen 80.000 shotgun ist natürlich besser für glaube ich gegner die ihnen in der nähe stehen ja komm da haben wir erstmal alle knarren ja irgendeine spielverbesserung hier 75.000 ok für ihn zehn dafür zusätzlich momentum warum nicht und lande bei jedem zwanzigsten treffer kommen richtige kohle aus ok jetzt müssen wir hier lang hallo das hat ein bisschen viel gedauert hier bis ich den da und hatte ach sagt bloß ich hätte jetzt hier auf ruf schießen müssen boing 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 ja schön viele sachen wieder zum einsammeln wir müssen da finden wir müssen einen Weg finden wir müssen eine Weg finden hmm hmm ah da ja 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 Ach da. Bäm. Wie es euch mal gar nichts bringt, euch zu ducken. Ich gucke hier die Munition, weil ich mich interessiere. Wie ist jemand mit mir? Bäm, das Technik ist unglaublich. Wie kann ich hier die Munition verballern? Komm schon, schau mich jetzt! Ach so. Hier ist er! Wo bist du? Such mich doch! Da haben wir keine Munition. Hallo? Da fangt noch. Scheiße. Den haben wir die Trübe rüber weggeschossen. Den auch. Gut. Ähm. Ja, jetzt kann man natürlich auch alles viel leichter haben. Wahrscheinlich kann man die sogar von hinten überraschen. Okay, wir sind jetzt, äh, höher liegen da. Ja. Ja. Ach ne, wir liegen nicht höher als vorhin. Ja. Wir sind jetzt hier, okay. Schießt das Ding jetzt gleich die ganze Wand da hinten weg. Tada. Ah. Hehehe. Ja. Das gefällt mir. Lass es gerne nach meiner Waffe. Lass es gerne nach meiner Waffe. Ja. Das gefällt mir. Lass es gerne nach meiner Waffe. Na, lebt noch jemand? Von. Looks like you brought a gun to a giant robot arm cannon fight ok, da oben ah, der hat jetzt das da hinten aufgemacht liegt jetzt hier aber noch irgendwo was rum wenn ich mal so fragen darf hier waren wir und auch hier waren wir ne, nix okli doki ähm alter, mich verarschen machen wir das hm, bist du sicher, dass das so leicht geht wir haben alles, was wir brauchen, um meinen super wunderschönen Plan zu erzeugen wir gehen zurück zu Cape äh, wir brauchen mehr alles oh shit ich liebe es dü 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 bleib doch einfach liegen bumms doys are down get down get down get down oh kommt da so ein Fettsack mal wieder an das kann ich auch nicht leihen oh shit hola das war schön das war very nice juhu ich bin wieder da ich würde gerne aber erstmal noch alles mit allem möglichen an Waffen hier einsammeln um vorbereitet zu sein hier war schön klick 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 machen und hier hinten war doch auch noch was dann kann es losgehen dann kann es losgehen juhu Allah facht batman wade facht brüасти wars wade 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 Jaaa. Ooooooh, da geht das Ding hoch. Muuu, I like it. Macht n riesen Schuh. Hat der Plan auch die Aufmerksamkeit bekommen? Nein, das geht schon wieder los. Ist ja wie ein Schluck auf. Piep, 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 piep. Na geht auch. Heeeey, Feuerwerk. Oh, that worked out a little better. Every time matters. Oh shit, you're better? Come on man! Ahaha! Ahaha! Und hier hoch. Ich, Wolverine, Gummibrohn. Gummibuppe. Sentinels Instructional. Oh, ist das geil. Das gefällt mir. Oh, oh. Das. Oh, oh. Das. Oh, doch Gott. Oh, ja. Oh, ja. Auch ihr Ficker jetzt so wieder. Huuuui. Huuuui. Hahahaha. Ich hab ein bisschen gekackt. Ich hab mir bekannt vor. Sure we're a lot of expensive setups in that level. Hope Peter's okay with the budget. Budget? We'll show him budget. Watch this. Hey, there's Rogue. Flying just like us. Flying right at us. Dippo, look out! Ja. Being upside down is fun. Deadpool, quit fooling around. I can't hold on like this. Wait, you're Rogue. You can fly. Just fly away. Fly away, little Rogue. Sinister is here. So, ich mach mal wieder kurz einen Cut, um den Sound herunterzwingen. Bis gleich. So, weiter geht's. Oh, oh. Eine Etage tiefer. Aua. We're going down! Deadpool! I'm slipping! Hold tight, Rogue. I'm killing these bastards as fast as I can. Fazy Wall dudes again! Those guys are tricky. Ach so. Ups. Ich glaub, sie ist abgestürzt. Neeeeeein! Isn't that blockbuster? Shit! That's not good. This is gonna hurt! Uuuh! Auaaaah. I gotta get my head out straight! Nice ass! Wait, that's our ass. We need to find our arm, that's the head back up. Darn, even the control of our background. Pretty confusing. Come on, Blair, figure it out! Alta. Ja. Das ist nicht so leicht, die Steuerung. Hey! 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 Bleib hier! Du bist der Puh! Drop it! Drop it! Don't make me shoot you, Boo-Boo! Come on! Don't you have balls to lick? Red Rocket, Red Rocket! Come lick my ball! Ach, Dad Pudu ist so krank. Das gefällt mir einfach. Hey! Hey! Jetzt bleibt doch stehen! Okay, now don't go anywhere! Nein, nicht aufessen! There we go! Au! Much better! Good boy! Who's your good doggy? Wer macht gut den Doggy Style? Wer macht gut den Doggy Style? Ha! Now find the X-Bade! Who? You know, Rogue! Spread up! He's gotta be down here somewhere! No one could survive that! He's dead! Just shut up and look! We gotta confirm with Blockbuster! Wo seid ihr? Ja, Butter wird das nicht fixieren. Oh. Da habe ich das Falsche gedrückt. Okay, ist hier noch irgendwo etwas zu finden? Interagieren? Let's see what's behind door number one. So, where are we now? Looks like some kind of genotian prison. Prison? I was able to read a blurb about it before someone tore up Highmoon's script. Hey, that was cathartic. I don't know why we're still trying to follow that stupid script. That's what we've been doing? Whatever. New script. Say, bro. If you want that. Love with us. Done. Happy? We're better at improv. Okay, here is nothing to hold. Why am I doing this? Also, gehen wir mal in die nächste Etage. Open. 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 Oh, drei Sekunden gedrückt halten, dann müssen wir es auch bald mal ausprobieren. Da sind wir hier kommen, okay. Wirkt wie so ein Gefängnis hier. So, hier müssen wir lang. Speicherpunkt erreicht. Position ist voll. Hm. Wir wissen alle, dass das gleich wieder abgehen wird. Ja! Aua, wer schießt denn hier auf mich? Mit seinem Iron Man Verschnitt. Aua, du sicker. Also irgendwann reicht's dann auch mal. Oh. Oh. I'd probably feel better about that, I hadn't been such pussies. Ui. Okay. No Mutants here. Das stimmt allerdings. Wie komm ich denn da hinter eigentlich? Hm. Ähm, ja. Ja. Wie schön, dass wir zwar den Ausgang sehen, aber ich grad keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Hm. Ah, hier geht's weiter. Okay, das muss ich betätigen. Bevor wir das machen, gucken wir uns aber erstmal um. Was sagt der, Batterien, Batterien? Oha. 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 Well, wie haben wir jetzt hier oben noch in der Toilette? Bisschen. Bisschen! Ha, ha, ha. Bisschen, Dicks. Ja, echt. Bisschen, oder? Bisschen, Schleien! Bisschen, ich bischchen, ich bischchen. Bisschen, die paar weiter. Disschen, oder? Okay, wie lange können wir das jetzt einfach mal hier spielen? Das gibt doch bestimmt eine Errungenschaft. Ah, komm, jetzt geht's ab. Niedlich, wie sie da hängen. Den hat's zwar sieht. Oh, ich glaube, ich müsste da unten noch. Äh, die Sache. Interagieren. Oder wir schauen erst mal, was hier drin ist. Oh, gut, gut, gut. Das hätten wir. Hm. Was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Hier war nämlich so, als ob ganz unten auch noch vor Ort war. Ja. Sind wir wieder hochgekommen? Alles tutti frutti hier. War auch in einem der geilsten Seen, ja? Was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich kann es nicht mehr sehen. Wir können es hier hören. So. Ja, weil ja klar, sie noch mal kommt. Ah! 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 What's the matter, buddy? You look a little, uh, what's the word I'm looking for here? Stupid. Die wollten ja mal wieder nicht hören. So, den hat es auch zersägt. Wieder eingesammelt und ich würde mal sagen, wir haben wieder die halbe Stunde auch voll. Deswegen geht es in der nächsten Folge weiter, da suchen wir im Gefängnis nach Ruff und vielleicht bekommst du ja einen Kuss von ihm. Oder, ne, von ihr. Sorry, Tussi, wa? Egal, er küsst doch eh alles davon abgesehen. Okay, vielen Dank wieder fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!